1. 2. 2. 2. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 11. 12. 11. 12. 12. 15. 15. 15. Aber muss er die Quest aktivieren, da kann ich jetzt nicht einfach hin und machen? Ich glaube, es kann ja erinnern, glaube ich. Du bist zugegen, ich bin hier Eisenpartout nie gelaufen. Ich hab gar keine Ahnung wo lang. Naja, ich überlege auch gerade, aber... Normalerweise hast du hier alle Markierungen drauf, ist ja gar nichts diesmal. Na ist ja auch nichts. Ich bin hier auch nicht. Ich bin hier auch nicht. Ja, okay, Talent auf. Ich geh rechts ran. Hier rechts, er hieß aber auch hier oben. Was ist jetzt hier denn? Der verbundene Ferit, ich weiß nicht. Ach so. Du gämst gerade, ne? Ja, ich bin gleich fertig. Ähm... Hier lebt nur einer. Oh, jetzt. Hier lebt noch einer. Jetzt aber. Dann lassen wir mal hin. Und Kersi? Welchen Größen? Haben wir es geschafft? Dann würd ich sagen, jetzt müssen wir mal kussen, große Schluchten, naja, die laufen ganz so große Schluchten, auf der ist'n alle so, ja super. Normalerweise haben wir diese roten Punkte normalerweise, viele reiten einfach durch, also, Nicole, lassen die Gegner stehen. Na, hier, Eise, geh mal auf dein Reiz hier, willst du? Ja, na, geh, geh. Oh, na, geh, geh, geh mal erstmal hier lang. Wenn du auf dein Reiz hier springen kannst, spring rauf und dann bleib drauf. Oh, ja. Ja, das ist ja kaputt, wie leidig sie mit dem Kononierten gerät. Dee hier dann kling einen Krang, undорот面 zum Buch dummygen wird bei einem Opt verified diese auch gut ausgültigen so einfach so einfach leidig ist weil heute seines Spielshauses ist Jetzt ist mein Magier, wird er lila Das sah richtig toll aus im Wald Ich schau einfach nur zu Genau, einfach nur zu gucken Als ob ich laufen würde wahrscheinlich So, rechts oder links? Ja, wir sind ganz rechts auf jeden Fall Auf jeden Fall, das ist ziemlich relaxt So, machen wir mal kurz weg hier Er ist ein Blitzer, ist er da KP Ich kann jetzt mal sehen hier Wird Bescheid sagen, wenn es die Hilfe braucht Seid ihr im Kampf? Ähm, ich weiß nicht Aber ja, bin ich Ja, ich hab grad Ich muss nicht mehr zugehört, sorry Ähm, ja immer noch Oh, wir fragen dann noch Seit wann gibt es bei Eisplatteau auch Einflirschaden? Einmal Was? Hast du? Ja Jetzt kämpft ihr, oder? Ja Soll ich das Zeug aktivieren, oder? Ja, müssen wir warten, muss ich jetzt Kämpfen Das war's, glaube ich Oder? Ja Ja, kannst drücken Ja, kannst drücken Das ist eine seiner Okay, ich hab's gehofft Haben wir jetzt die Fertens? Basically, das ist doch schon Ja Ja, muss eigentlich sein Das ist doch Ja 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 Ich hab' Ja Und die anderen dürfen nicht kämpfen Ja, lasst du den erstmal raustoben Das hab ich aber am Anfang auch nicht gewusst Dass die anderen nicht kämpfen dürfen Und dann kann ich das Ding kaputt bringen Das ist aber total nervig Aber jetzt musst du hier eine halbe Stunde warten und sie dann ganz hinten im Gefährte sind, so. So, wir können da hingehen und dann alles spielen. Geht nicht, oder? Nö, geht nicht. Ja, dann fang mal an zu halten. Oder? Oder halten Sie es? Ah, ihr seid noch in der Stadt unten, oder? In diesem kleinen Ort. Hm, ja. Okay, dann gehen wir schon mal Richtung Boss. Aber wieso wird das da hinten bei uns immer noch angezeigt? Ich verstehe das da hinten nicht. Irgendwas vergessen. Ach, die klungen gar nicht durch, weil die noch gar nicht fertig sind. Du, 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 du. Ihr braucht doch immer rein Menschen finden, ne? Ja, aber... Wird nicht angezeigt. Ich werde mal kurz stehen. Ah, hab's gefunden. Okay. Du Ratte. Ja, ja. Versteck ich schon. Aber durchhalten. Habt ihr uns einen Weg da aufgemacht? Den müsst ihr euch auch mal aufmachen. Ja, oder? Ja. Ne, ne, das geht auch mal durchlaufen. Ach, ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Ach, ach. Warte mal, Eis. So. Sie musste dich ein bisschen bewegen. Ja, ich habe bloß meine Header jetzt... Äh, es hat gepiepst. das reicht mir na so guter Fall das ist guter alter Agu scheinen hier überhaupt na ich schau mal die Fischer hier im Tunnel weg die ich stehen gelassen habe eine Öle seid ihr schon genau die komme ich jetzt dahin ok, schuldig ab na da wo wir gerade waren Wokmann im Stein den du aufsprengen wolltest da einfach durchs Loch das ist ein Loch ach so da kommt noch ein ja ja ok ach da ja vor der anderen Zeit ein Springer dann ja das hat alleine aufgegangen ach schuldig natürlich mal versteht maximal nur Springer ja du kannst nicht weiterreiten ne hast du bis abgestiegen ok ich weiß nicht mehr das ist ja das ist ja der andere war eigentlich schon da vorne naja eigentlich war schon kaum eigentlich schon ja eigentlich schon ja ja das ist ja vielleicht zwei dreimal schauen ja ja eh ja ja wir Das ist ein ganzes Ding. Wir haben das ein bisschen Kürbis. Ich glaube es ist ein bisschen, ich bin ein bisschen, wir haben es nicht mehr so. Ich bin ein bisschen im Kürbis. Ich hab mich im Kürbis. Und nicht.